Wie bei Carlotte, Kattes Baby in zweieinhalb Stunden da Heute verkündete der Kensington Palace via Twitter offiziell, dass Herzogin Kate, 36, in den Wehen liegt. Sie und ihr Mann Prinz William, 35, fuhren heute Morgen von ihrer Wohnung in das St. Marys Hospital. Dort befinden sich die baldigen Dreifach-Eltern momentan im exklusiven Lindo-Flügel, wo bereits Prinzessin Carlotte, 2, und Prinz George, 4, geboren wurden. Die Tochter des königlichen Paares hatte es besonders eilig, den Barbie-Bauch ihrer Mutter zu verlassen. Wird die Geburt des royalen Nesthäckchens länger oder kürzer dauern als die seiner großen Schwester? Diesen Rekord gilt es, zu schlagen, bei der Geburt von Carlotte am 2. Mai 2015 lagen nur zweieinhalb Stunden zwischen der Einlieferung in die Klinik und dem Moment, als Kattes Mini-Meh auf der Welt war. Ihr Bruder George ließ sich deutlich mehr Zeit, kurz vor Mitternacht am 21. Juli wurde damals verkündet, dass Kattin mit ihrem ersten Kind in den Wehen liegt aber erst am Nachmittag des nächsten Tages wurde die Niederkunft des kleinen Prinzen verkündet. Dass George länger brauchte als seine jüngere Schwester, ist normal denn bei der Geburt spielt es durchaus eine Rolle, ob man erst Gebärende ist oder bereits Kinder zur Welt gebracht hat. Beim ersten Baby kann man mit 10 bis 24 Stunden rechnen, beim späteren Nachwuchs verkürzt sich die Zeit der Niederkunft oft. Bis zum nächsten Mal.